Moin! Willkommen in Nürnberg, am U-Bahnhof Röthenbach. Hier ist ein Endpunkt der Linie U2. Diese Linie wird automatisch betrieben, die Züge fahren ohne Fahrpersonal. So können Fahrgäste während der Fahrt vorne aus den Frontfenstern schauen. Die Tunnel sind allerdings nahezu komplett unbeleuchtet. Viel zu sehen gibt es daher während der Fahrt nicht. Viele Städte bauen automatisierte U-Bahnen. Aus Sicht der Verkehrsbetriebe ist dies eine gute Lösung, denn vielerorts ist es schwer, Fahrpersonal zu finden. Auch die geplante Linie U5 in Hamburg soll automatisch betrieben werden. Allerdings sollen die Bahnsteige nicht wie in Nürnberg offen bleiben. Sie sollen zum Gleis hin mit Glaswänden und Toren abgeschlossen werden. Für die Fahrgäste bedeutet automatischer Betrieb, dass nicht einmal auf den Zügen Ansprechpartner vor Ort sind. Egal ob auf dem Bahnsteig oder in der Bahn selbst, es bleibt immer nur der Notruf. Wie seht ihr die Vor- und Nachteile? Schreibt es gern in die Kommentare. Und nun viel Spaß beim Ansehen! Dichtbar 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 Ich bin nur aus dem Eilig, wenn ich schon mal bin. Es ist jetzt verbunden. Schmerz. Nächster Halt, Schweinerl, umsteigungsweise Zeit zur S-Bahn. Nächster Halt, Schweinerl, umsteigungsweise Zeitung. Nächster Halt, Schweinerl, umsteigungsweise Zeitung. Nächster Halt, Schweinerl, umsteigungsweise Zeitung. Se, ver mit dem er eine Luft die 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 Dämpfer, die 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 S-Bahn verbinden, und die die Dämpfer. Nächster Halt, Schweinerl, umsteigungsweise Zeitung zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020